So, das hier Behlendorf. Wie heißt das? Wer weiß? Mal gucken wir uns an, was das ist hier. Ich glaube, Behlendorf. Mal sehen, ob man hier die ganzen Blöden runtergefallen ist. Hallo Freunde. Hier sind Bauernhöfe. Ich glaube, Behlendorf. Da sieht das Haus, da hinten. Das war wohl irgendein ausgelagert an der Bauernhöfe. Dann wollen wir nachher hin. Behlendorf. Behlendorf. Am 17.6. 2012. Hier sind wir doch wieder. Fahren wir doch vor kurzem. Ach nix. Kann man nicht ausgedruckt kontrollieren. Das ist die erste Reihe hier. Ja. Mal wenn. Denn sonst holen wir nicht die deutsche Fahne raus. Jetzt in EU-Meisterschaften. Und wir sind hier in Behlendorf. Hier ist die Seestraße. Hier ist die Seestraße. Und da fahren wir lieber runter. Hier, Seestraße. Da, ich bin schon wieder geflaggt. Hier runter geht es zum Fehlendorche See. Da ist er. Freistaat Bolzen. Fahrer, Fahrer, Schächten hier hinten. Jetzt geht er auf. Da ist die Überbleibsel aus der Eiszeit noch. Und hinten hinten. Das war's denn. Ich glaube hier hinten wenden wir. Weil irgendwie machen wir gleich. Wir sagen Tschüss aus Pehlendorf erstmal. Zweiter Teil kommt gleich. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Hier. Das war der Seeweg oder wie er heißt. Hier alles schön angelegt. Kann man nicht meckern. Überall geflaggt. Sonst traut sich keiner. Hier. Hier ein moosbewachsendes Dach. Rondolinedach. Fahrradfahrer, kleinster Gang. Rondolinedach. Prima. Wie ich sehe. Ich fahre mal langsam hinterher. Hier. Jetzt gebe ich mal ein bisschen mehr Gas. Dann komme ich da vorbei. Hier. Aber rechts rum. Das war hier der Seeweg. Wielendorf. Muss man auch mal gesehen haben. Fahrradfahrer. Da hätte ich ja keine Lust zu. Auf dem Fahrrad zu sitzen. Und mich haben zu strampeln. Guck mal. Das war hier Böhlenstein. Der hat sich auch. Das war Mehlendorf. Da kommt noch ein Hausbetreter. Auch möglich. Hier so ein Schriftsteller wohnt ja auch irgendwo. Aber ich glaube da nicht drin. Hier ist auch noch hübsch hier. Ganzes Anwesen. Alles klar. Hier ist auch ein Freiband.